Einen wunderschönen guten Abend. Ich zeige euch sofort Mölten. Mölten ist schon da. Da ist einer, oder? Da ist, da ist einer, ne? Ist so, Digger. Okay, Leute, komm, haut mal ein Herz jetzt in den Chat. Hau mal ein Herz in den Chat. Alter, ich habe auch das beste Kommentar gesehen in der Ankündigung. Da hat er auch irgendwie zwölf Daumen hochgekriegt oder so bei meinem YouTube-Post, dass die Leute denken, ich habe Frank Rosin einfach eingeladen. Ja, aber das höre ich auch nicht zum ersten Mal. Ist das wirklich so? Also Frank Rosin habe ich schon häufiger gehört und Frank Rosin fühle ich aber auch. Ich bin voll down mit. Ja, also feiere ich mega. Ich feiere es ja mega. Ich habe ja immer die John Locke-Referenz gehabt, aber Frank Rosin ist ja noch viel geiler. Ja, okay, John Locke fühle ich fast noch ein bisschen mehr, aber Frank Rosin auch voll in Ordnung. Alles irgendwie stabile Dudes. Ja, und jetzt erstmal einen schönen Gruß in die Runde. Grüß euch doch mal, ihr ganzen Mäuse hier. Das geht nicht ab, ey. Wir beide kochen. Jeffy hat gerade geschrieben, war ein Koch-Stream. Wir beide kochen, das würde ich doch auch irgendwie fühlen. Boah, das wäre krass, aber wir bräuchten halt irgendeine passende Location. Ich kann es nicht hier machen, das Gegenüber von dem Raum, wo der Kleine schläft. Also sein, man macht es mal tagsüber. Ja, oder tagsüber würde ja auch gehen, irgendwie auf dem Wochenende. Und wir beide irgendwie was ganz abgedrehtes kochen. Boah, das wäre krass. Ich habe vorhin noch nie einen Koch-Stream gemacht. Ich bin da sogar HelloFresh-Partner. Da müssen wir auch eine Zutat von denen mit reinmachen. So für die Werbung. Du, wir können ja so ein HelloFresh-Rezept nehmen, aber das so ein bisschen upsteppen noch. Das Game dann noch ein bisschen upsteppen. Alter, okay, das ist heftig. Das ist clever. Also ich fühle das tatsächlich, das machen wir. Oh, wie schön viele Leute hier da sind, die ich hier vom Namen her kenne. Das ist auch so schön, als Ausgleich-Stream in letzter Zeit, bin ich regelmäßig immer bei Mieze dabei. Das sind auch mittlerweile die gleichen Leute. Man hat so richtig schön so hier seinen kleinen Mikrokosmos erschaffen. Und das ist einfach nur herrlich. Ja, super krass. Das denke ich mir an Mieze auch immer. Das ist so richtig, das ist so Heimat. Füßchen Mieze, danke schön. Oh ja, du siehst tatsächlich ausgesprochen gut aus. Auch vernünftig. Ich bin so ein bisschen Raudi-mäßig und du siehst so richtig vernünftig aus, finde ich. Ja, ich werde auch noch auf Hoodie vielleicht umsteigen, falls mir ein bisschen kühl ist. Ich habe hier so ein bisschen Fenster offen. Vielleicht steige ich auch mal auf dem Hoodie um, aber jetzt gerade ist, wie es ist. Ja, ey, aber wie ist es? Also ich meine, das ist ja nicht so, als wären wir eben im Joggen gewesen, aber du kannst ja trotzdem aber sagen, wie geht es dir denn? Habe ich dich aber so auch heute nicht gefragt. Also wir haben ja nicht so, wie geht es dir gerade? Das machen wir jetzt. Wie geht es mir? Also abgesehen vom gesamten Weltschmerz, der mich irgendwie so gänzlich überträufelt, ist auf jeden Fall alles in Ordnung bei mir. So, mir geht es eigentlich ganz stabil. Und wenn du dir eine Zahl geben müsstest? Ja, es ist schon eine sieben bis acht gerade zur Zeit. Okay, also echt, also an sich? Für die Jahreszeit? Eine sieben bis acht? Das habe ich, glaube ich, noch nie gehabt. Also wirklich nicht. Bist du tatsächlich auch generell schon immer so ein Sommermensch gewesen? Ähm, früher ja, da eine ganz, ganz lange Zeit gar nicht. Da war mir das alles immer viel zu warm. Und mittlerweile bin ich wieder voll im Sommer angekommen. Ich bin total traurig, dass, äh, dass es, äh, jetzt wieder so kalt wird. Aber, ja, nö, doch. Das hält dich ja, dich hält das ja nicht auf. Äh, ist ja egal. Also. Ach, nee, nee, also videotechnisch, da bockst du mich natürlich schon wieder extrem an, wenn wir wieder rein in den Schnee gehen, ne? Also ich habe da schon so den einen oder anderen Plan, sobald die erste Schneeflocke fällt, ey, dann gehen wir da aber mal richtig rein, ey. Das ist geil, das ist geil. Aber, aber einen Schneemann bauen. Einen Steinmenschen bauen. Ach, warte mal, ich drehe mich mal ganz kurz um. Hier hat gerade jemand was gefordert. Ach, du Heiliger. Okay, das ist, das ist crazy. Das darfst du jetzt aber auch nicht mehr ablegen eigentlich, ne? Was meint ihr? Jetzt muss aber mal, jetzt müssen die Mots hier aber mal fliegen, Leute. Was meint ihr? Da gehen wir jetzt mal rein, oder was? Boah, das ist toll. Jogi, 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 das ist so toll. Ja, natürlich, aber jetzt noch mal gerade. Oh Mann, ey, wie kann ich denn, wie soll ich denn gegen den Swagger auch ankommen, Mann? Ich habe gar keine Chance. Das Problem ist, hier ist noch der originale, der originale Polen aus Polenschweiß. Das ist hier noch in der Brille drin, ich sehe gar nichts durch die, äh, durch die Sonnenbrille, aber ich kann sie wirklich nicht wieder abziehen. Das ist einfach jetzt so, wie es ist. Polenschweiß. Boah, ist das krass. Ja, tatsächlich matcht das aus. Kleinen Augenblick bleibe ich noch. Kleinen Augenblick bleibe ich noch. Ja, schnelle Nummer. Schnelle Nummer. Ich glaube auch, wir hätten das gleiche Auf und davon, das geht ganz schnell jetzt. Ey, aber mal, aber jetzt mal in die andere Richtung gefragt. Du, ähm, du fragst ja immer so schön in die Runde, aber, ähm, selber gibst du dir eigentlich nicht immer ne, ne 1 bis 10, oder? Das kommt immer drauf an, doch, aber, also, in der Regel bin ich, würde ich sagen, eigentlich immer mit recht hohen Nummern ausgestattet. Das fängt bei mir erst bei sieben, also, da fängt das ja an. Ja, du bist halt so eine kleine, schöne, gute, frohe Natur, und das, das liebe ich auch so sehr an dir, dass, ähm, man dich wirklich fast nie mit, äh, mit einer schlechten Laune erwischt. Also, du kannst mal ein bisschen grumpelig sein oder so, aber du bist, äh, an und für sich so ein positiver Mensch, äh, und das färbt natürlich auch gleich immer ab. Ich glaub, deswegen sind auch immer so viele Leute hier, ähm, weil, äh, weil sie ein bisschen was, selbst jetzt am Sonntag, wo du, wo du so komplett verkaterst, hier da auf deinem Stuhl saßt, dich da einmal hingezwungen hast, wirklich, du hast mir ja im Nachhinein jetzt noch gesagt, du hast dich hingezwungen, ich mach das jetzt. Ähm, so, selbst da hast du uns allen irgendwie noch so ein, so ein schönes Lächeln ins Gesicht gezaubert, und ja, dickes Herz. Oh, das ist aber echt süß jetzt, das weiß ich ja gar nicht, was ich sagen soll. Mit dem Outfit habe ich verdoppelt geflasht. Das muss man auch, das muss man auch, manchmal einfach annehmen, Kiko. Da braucht man gar nicht viel zu sagen. Danke, ja, dankeschön. Also, ja, deswegen, ich, also, ich geb mir, glaub ich, ich geb mir eine Acht. Ich sag dir ganz ehrlich, ähm, dieses, ähm, Joggen vor Mittwochabend, das ist, es ist wirklich ein absoluter Gamechanger für mich. Wirklich. Ich hatte tatsächlich heute so ... Es ist auch ein kleines Highlight bei mir in der Woche mittlerweile. Ja, also, weil ich hatte tatsächlich auch heute einen relativ stressigen Tag irgendwie. Ich hab, hab ein bisschen meinen eigentlichen Plänen hinterhergegangen, dann hatte ich den Kleinen noch eine Weile, und dann, und irgendwie, ja, hat das alles nicht so ganz gepasst. Und dann wusste ich aber, ich geh jetzt zum Joggen, und ab dem Moment war halt so, Gedanken abschalten. Weißt du? Weil das ist so geil, in dem Moment bist du dann einfach raus. Und auch jetzt, seitdem bin ich so, das fühlt sich wieder so ganz ausgeglichen an, tatsächlich. Ja, und stell mal vor, du machst das ... Stell mal vor, du, der sowieso schon ein recht ausgeglichener Typ ist, macht das zwei-, dreimal die Woche, wie sich das im Allgemeinen upsteppen würde. Du brauchst nicht viel Zeit dafür. Safe. Und, und weißt du, die halbe, dreiviertel Stunde, Stunde, die man sich da am Tag für nehmen muss, das ist einfach, äh, ja, der absolute Stimmungsaufheller, Deluxe, so. Ich merk das selber, wenn ich irgendwie kompletter Müllhaufen bin, kopfmäßig, und einfach nur denke, was ist hier eigentlich grad los? Ach ja, stimmt. Du musst da gleich auch eigentlich nochmal kurz eine kleine Runde laufen gehen, und danach ist eigentlich wieder alles Banane, so. Ne, ist nicht mehr alles Banane. Alles Banane. Danach ist wieder alles Banane. Ja, aber es ist tatsächlich so. Also, Jogging-Stream wär eigentlich auch mal nice. Wär auch nicht schlecht. Wir haben noch so viele Möglichkeiten. Also, was ich, was, was ich ja, ähm, zu 100 Prozent fühlen werde, würde, wär halt, kochen. Finde ich super. Ja. Ähm, und dann Tischtennis, hatten wir ja auch schon drüber gesprochen. Das wäre einfach für mich das absolute Highlight. Tischtennis mit, äh, mit den richtigen Personen zusammen, das wäre einfach nur super. Im Allgemeinen, ich hab mir ja meinen Tischtennisschläger gerade wieder besorgt. Ich bin jederzeit bereit jetzt. Ähm, warte. Und dann müssen wir dringend wieder reingehen. Tischtennis-Klicke. Ich bin auch bereit. Und guck mal hier, der hängt sogar noch raus. Er ist noch frisch im Einsatz gewesen, der eine von beiden. Krass. Hast du sogar Bälle? Ich hab nämlich keine Bälle. Äh, ja, ich glaub ich hab... Aber die krieg ich mir ja schnell besorgt. Ich glaub, ich hab... Ich glaub, da muss man auch mal neue holen, ne? Die verlieren so ein bisschen an Spannung, glaub ich. Ich glaub, so ein paar Jahre alte Bälle, die muss man nicht unbedingt wieder auf die Platte schicken. Ich hab einen Ball. Das ist ein Kettler-Ball. Ich glaub, Kettler ist gut, aber da sind keine Sterne drauf. Ich glaub, diese geilen Bälle haben immer so Sterne drauf, oder? Die brauchen Sterne, ja. Ja, aber das ist so ein Outdoor-Ball. Also, das ist... Ja, also, nee, ich hab keine Bälle. Ich hab einen, der 100 Jahre alt ist. Ja, ja, nee, da müssen wir noch mal ran. Ähm, Dre sagt auch gerade, muss man einfach wieder aufpumpen, das Ding. Das passt wieder. Ja, ich denk auch. Muss man einmal wieder regeln, das Ding. Kochen und Tischtennis, immer gute Date-Idee. Ja, eigentlich schon. Wir könnten einfach daten. Wir können einfach auch mal daten. Ja, also, ich weiß ja, du bist ja schon lange Zeit aus dem Dating-Game so raus. Aber hast du mal früher so Dating-Ideen so, wie bist du in so Dates reingegangen? Oder hast du auch dir immer was überlegt? Oder bist du so der Spazierengänger gewesen? Oder wie hast du früher so gedatet? Ich find, Spazieren ist tatsächlich, also, klingt ja erst mal so low, aber eigentlich ist Spazieren schon nice. Man will die Person ja auch ein bisschen kennenlernen. Keine Ahnung, so Kino und sowas ist halt so. Dann sitzt man da halt irgendwie, keine Ahnung. Kino ist absolut gänzlich schlecht. Also, das bringt gar nix irgendwie, genau. Porkmäßig geht gar nix. Man kann sich nicht angucken. Man weiß überhaupt gar nix. Das ist alles irgendwie ein bisschen Banane. Also, Kino erstes Date, absoluter Anfängerfehler. Also, ich hatte schon echt unterschiedliche Situationen. Also, auch so Klassiker wie in einer Bar treffen. Aber ich hatte auch schon direkt bei mir kochen. Da musste man schon ... Ja, da könnte was gehen. Bist du mit der Erwartung auch so rangegangen? Nee, eigentlich nicht. Aber ich dachte so, ich weiß nicht, ob der Vorschlag von der anderen Seite kam. Aber das war auf jeden Fall so, wir können doch bei dir kochen. Ja, okay. Dann war ich so, na klar. Jetzt mal Frage im Chat, was ist bei euch so beste Dating-Idee? Beste Idee fürs erste Date? Weißt du, was richtig angenehm grad ist, was ich merke? Dass du eigentlich ja selber auch so eine Streaming-Maus bist. Auch wenn du zuletzt halt nicht gestreamt hast. Aber du hast das ja auch jetzt einige Zeit schon gemacht. Und ... Ja. Ich merke auch grad, es kommt grad so ganz viel in mir hoch. Ja. Ja, ja. Ich muss auch ein bisschen runterfahren. Genau, ich muss auch dein Mikro, glaub ich, noch ein bisschen runterfahren. Warte mal. Aber es ist wunderbar. Also, es ist auf allen Ebenen einfach nur schön. Weil du auch alle gleich wieder einbeziehst und so und hier und so und zack, zack. Das ist super geil. Eigentlich mach ich das halt immer. Ja, da müssen wir uns jetzt ... Ich nehm mich ein bisschen zurück, aber ein bisschen was musst du auch abgeben. Ja, ey, ich geb das so gerne ab. Guck mal, hier haben wir Friedhof. Ja, ist nicht so gut. Daheim hocken und weinen. Die VBT-Runden gucken. Hier kommen sehr viele seriöse Vorschläge. Zu Ikea gehen. Spazieren gehen, find ich immer nice. Kiko Stream & Chill. Ja, absolut. Das war ja erstes Treffen immer bei niemandem zu Hause, damit die Frau sich wohlfühlt. Essen gehen, Bar und Spazieren geht immer. Ey, und Dre hat einen wirklich fantastischen Vorschlag gemacht. Erstes Date immer bei einem semiprofessionellen Wrestling-Event. Ähm, das war wahrscheinlich jetzt ironisch gemeint. Aber, ähm, ich war vor Jahren mal zusammen mit, ähm, oder ich war da dreimal sogar, immer mit Dima zusammen. Hier in Hamburg bei so, ähm, bei so semiprofessionellen, passt eigentlich sehr gut, semiprofessionellen Wrestling-Events. Und das ist einfach nur eine fantastische Stimmung da. Da kannst du dich zwischendurch unterhalten, kannst ein bisschen so in Richtung des Ringes so ein bisschen rumpöbeln. Das ist einfach sehr, sehr witzig auch in vielen Fällen, weil es halt noch mal, halt noch eine Nummer schlechter ist teilweise als bei, ähm, ja, WWE oder sonst. Ich kenn mich da nicht so aus. Aber das macht, das macht schon viel mehr Spaß noch als, äh, als diese originalen, äh, oder diese professionellen Wrestling-Kämpfe zu sehen. Ah, seh ich voll. Ey, vor allen Dingen, äh, das klingt erstmal nämlich nach so einer Schnapsidee, aber eigentlich so, um gemeinsam irgendwie was, was Besonderes, sag ich mal, zu erleben und auch vielleicht zusammen zu lachen und so. Es ist ja super, es ist ja super. Ähm, also ich war mal, ich war mit einer Freundin wirklich mal bei ihm. Achso, sagt Dre gerade. Nee, das war noch was, WXW war das bei mir, glaub ich, oder ist WXW so ein richtig professionelles Ding? Das hieß irgendwie auch so ähnlich wie diese professionellen. WXW. Irgendwie so. Auch, auch, auch auf jeden Fall da, wo Dima auch mal eine Zeit lang, ähm, moderiert hat, ähm, bei dem, bei dem Kram. Ja, das war sehr, sehr lustig. WCW? Achso, WXW war das denn doch. WCW ist das, ähm, ist, glaub ich, dieses Professional-Bumsi-Ding. Ich weiß gar nicht, ob ich mal auf einer semi-professionellen Wrestling-Veranstaltung war, aber... Ich bin ja jetzt schon in festen Händen, das ist ja, es kommt nicht mehr in Frage. Ja, aber, aber das muss man auch nicht nur im Date-Business machen. Doch, doch, das ist... Ich hab nämlich gerade letztens, ich hab nämlich gerade letztens mal geschaut, und das ist irgendwie in ein, zwei, äh, Monaten wieder in Hamburg. Und ich hatte schon Bock, mir das mal wieder reinzuziehen. Also, das war wirklich sehr, sehr witzig. Ja, vielleicht... Genau, ich hatte... Also, falls du keine Date-Partnerin findest, stelle ich mich auch gerne zur Verfügung. Stulli hat noch was Schönes gerade geschrieben. Ich wurde mal zu einer Bockwurst an einer Tankstelle eingeladen. Das fand ich tatsächlich witzig, aber ist nix draus geworden. Ja, Tankstellen, also, äh, solange man halt auf Tankstellen-Bockis steht, so, dann ist das auf jeden Fall schon ein Gamechanger. Tankstellen-Bocki... Ich hab mir schon auch öfter mal eine Tankstellen-Bocki genehmigt. Also, ich weiß jetzt, für dich kommt das jetzt auf jeden Fall ja nicht mehr in Frage, aber vielleicht hast du früher auch mal eine gesnackt. Ja, natürlich hat... Ich glaub, jeder hat in seinem Leben schon eine Tankstellen-Bocki, äh, äh, versüßt schnabelt, so. Aber das, äh, das ist auch alles schon auf jeden Fall eine Nummer zu heftig, ne? Gerade, wenn man so merkt, die schwimmen da irgendwie oder dümpeln da schon so ein bisschen länger rum, so. Da darfst du halt nicht drüber nachdenken, das musst du halt absolut ausbilden. Nee, da muss man, da muss man einfach, äh, also, am besten so leicht angesoffen, einfach nur rein und in die Hand und ohne Gedanken rein in den Körper, dann passiert auch nix, glaub ich. Ich glaub, da passiert nur was, wenn man zu lang drüber nachdenkt. Ja, ich glaub auch, das ist der mentale Schaden, der ist genauso groß auf jeden Fall. Ähm, ja. Ja, irgendwas schreibt Dre hier, aber, aber was Mölten sagt, stimmvoll, war da schon wirklich häufiger und besoffen zu pöbeln, super funny. Der Beste ist immer dieser eine übergewichtige Typ, der am Stehtisch mit Bier und Kippe steht und Dinge reinruft, wie, bring ihn zum Aufgeben. In der tiefsten Stimmlage der Welt. Bring ihn zum Aufgeben. Das, äh, wie gesagt, da, da gibt es dann auch so viele Insider mit, äh, ja, ich hab das alles nicht mehr so richtig auf dem Zettel, aber ich war, ich war innerhalb von ein, zwei Malen, wo ich da war, irgendwie schon direkt drin. Und, äh, weiß gar nicht, warum ich das nicht häufiger schon wieder gemacht hab, einfach nur herrlich. Snoot Recruit sagt auch gerade, Tankstellenbocky klingt nach nem Cypher-Rapper so 2015. Boah, der wird aber auch heute. Kerstrick gegen Tankstellenbocky. Ich glaub, der wird auch heute bei Dilltilly noch funktionieren, Digga, Tankstellenbocky. Äh, bei, ähm, bei deiner Release-Party, äh, damals, ähm, in Kassel. Ja, 2014. 2014, 15, ähm, da war danach noch irgendwie auch so ne Freestyle-Cypher. Ja. Und da ist ein Typ angetreten, da bin ich halt komplett weggebrochen damals, der hieß halt immer ohne Gummi, hieß der. Der hieß ohne Gummi. Ja, das ist... Und Becci, der war super schlecht, aber Becci und ich standen halt einfach nur da und haben mich halt einfach schon so sehr für diesen Namen abgefeiert. Das war einfach nur, ich, 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 ich weiß auch, ich kann mich an kaum Namen erinnern. Ich kann, ich kann mir gut Gesichter merken, ich kann mir nie Namen merken, aber diesen Namen werd ich nie in meinem Leben vergessen, weil ich's damals so krass fand. Ohne Gummi, ne? Ja, ich weiß nicht, tatsächlich geht mir das aber auch so. Ich find mir den Namen merken super schlecht. Ich hatte das schon voll oft auch irgendwie, dass ich auf Festivals oder bei irgendwelchen Auftritten eine super gute Zeit mit voll den netten Menschen hatte, die ich dann irgendwann wieder getroffen hab. Und ja, ich hab jedes Mal diese Pendulie. Und kennst du das, da bist du mit so einer Person schon länger im Raum und irgendwie sagt aber keiner diesen scheiß Namen und du, und die Person nennt dich aber die ganze Zeit beim Namen und du weißt nicht, wie du damit umgehen sollst. Das ist grausam. Ja, ähm, da gibt es ja unterschiedlichste Tricks und, ähm, da musst du sagen, ey, sag mir nochmal kurz deinen Namen und dann sagt ihr, sagt ihr ja ihren Vornamen. Dann sagt ihr, nee, nee, deinen Nachnamen, musst du ja sagen. Ah, ach so. Ich weiß doch, dass du so heißt. Wir machen das mal ganz kurz vor. Aber warum, warum soll ich den Nachnamen, warum will ich den wissen, aber warum willst du mein Nachnamen wissen? Ja, weil ich wollte dich irgendwie zuordnen, wir machen das mal ganz kurz vor. Okay. Ey, sag mal, ähm, äh, wie ist nochmal dein Name? Timo, ich bin Timo. Äh, nein, Timo, ich weiß doch, wie du heißt, dein Nachnamen, ich hab das irgendwie so abgespeichert über deinen Nachnamen. Den sag ich jetzt nicht. Ja, ja, sag ich, 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 sag Ich. Aber ja, ich verstehe. Ja, es ist nicht so, ist nicht so krass, aber es könnte ein, vielleicht kann es ein bisschen charmanter sein, wenn man halt einfach fragt, so ey du, ich weiß deinen Namen nicht mehr. Ja, eigentlich ist das gut. Also, ich glaube auch, ja, man kann, mancher kann man es auch direkt, glaube ich, lösen, indem man es dann einfach anspricht. Aber letzten Endes, mancher ist es einfach unangenehm. Ich finde es immer so doof, wenn jemand aber dann da sitzt, der offensichtlich dich direkt so begrüßt, so ey! Mölten, Junge! Und denkst du, Digga, wer ist denn das noch? Scheiß, Alter. Digga, was geht? Juguda, was geht? So läuft das Game dann aber auch. Genauso ist es. Was geht, Mölten? Kennen wir uns? Ich kenn dich von YouTube. Ich hab eben auch zwei, drei Kommentare schon gesehen, dass die Leute deine Outdoor-Sachen feiern. Also ich hatte das Gefühl, hier sind auch zwei, drei Leute, die jetzt nicht ... Aber er meinte das gerade so. Ja, ich weiß. Aber ich wollte gerade sagen, es gab auch zwei, drei Kommentare auf Ernst eben schon im Chat, die so ganz klar, also die vielleicht möglicherweise gar nicht wissen, dass du eine musikalische Vergangenheit hast. Das finde ich ist aber eigentlich ein sehr geiles Kompliment. Ich hab das irgendwann mal gefragt, auch mal so, wer ist über welchen Weg hierher gekommen? Und natürlich haben die meisten eine Verbindung daher, also was die Musik betrifft. Aber es gibt auch hin und wieder Leute, die sagen, ich fand deine Pokémon-Videos nice oder was weiß ich. Ich hab irgendeinen coolen Talk gesehen oder irgendwie so. Wo ich dann denke, ja geil, dass eine Person deshalb da geblieben ist. Ja, das spielt sich dann ja langsam irgendwann ein und wir haben ja irgendwie dann auch so ein bisschen wieder bei Null angefangen. So ein bisschen zumindest. Und das ist auch voll in Ordnung, ey. Ey, das ist voll super. Wann hast du angefangen? Mit deinem ersten Outdoor-Video? Im Januar? Also das erste Video gedreht in der Nacht von in der Nacht vom 31.12. auf 31.12., also Silvester. Stimmt. Genau, das kam dann Ende Januar oder so, oder? Genau, das kam irgendwie Anfang Februar kam dann das erste Video. Da hab ich dann damit angefangen. Und ja, das ist echt noch nicht lange her. Also, ja, irgendwie knapp neun, knapp über neun Monate. Und dafür ist es irgendwie schon spannend, wie weit die Reise bislang irgendwie gegangen ist. Also, das fühlt sich auf jeden Fall schon länger an. Ja, absolut. Für mich auch, wenn ich dich jetzt so ... Also, weißt du, für mich ist es ganz normal halt geworden, dass es jetzt der Mölten ist und dass du dein Ding da so machst. Was ja auch daran liegt, wie du es machst. Das ist ja wirklich alles. Merkt man ja von Video zu Video, dass es immer professioneller wird, dass du dich auch fernab der Sachen, die du unternimmst, auch in die Nachbearbeitung und so immer, weiter rein vertiest. Und ja, das ist einfach ... Das macht dir auch total Bock. Immer professioneller wird. Sich da so ein bisschen reinzupedern in die ganze Technik und in die ganzen Programme und so. Und da dann auch zu sehen, dass man das irgendwie auch alles selber hinbekommt. Da sind wir auch wieder ... Da wurde letztens hier im Stream ja auch schon drüber geschnackt. So dieses über YouTube Sachen lernen, Autodidakt sich Sachen beibringen. Dafür ist YouTube halt einfach die krasseste Plattform. Wenn man halt irgendwas sieht, was man irgendwie cool findet an Effekt oder Schnitt oder sonst irgendwas und dann guckt man sich das irgendwie ein bisschen einmal an und dann funktioniert das und dann macht das irgendwie gleich schon immer so einen Unterschied. Ey, da kannst du auch wirklich so schnell eigentlich Sachen gut umsetzen und lernen. Absolut. Wie heißt doch derjenige, der wahrscheinlich für jeden zweiten Menschen OBS klargemacht hat? Nilsson. Kennst du Nilsson? Nilsson 163 oder so. Hier ist der Nilsson 163. Ah, natürlich. Digga, ich hab ihn ja auch komplett durchgesucht. Digga, er ist absoluter King. Er hat allen geholfen. Er hat einfach allen geholfen. Und ich war ja ... Ich hab das ja immer, wenn ich dann so eine neue Sache anfange, dann geh ich ja immer so kopfmäßig zu 100 Prozent da rein. Und ich hab mir natürlich, bevor ich meinen ersten Stream gemacht hab, natürlich so gut wie jedes Video von diesem Dude angeguckt. Der hat das ja auch wirklich perfekt erklärt. Das ist dann so ... Ich hab das auch häufig bei YouTube-Videos. Ich guck mir die an, klicke das genau nach und es funktioniert halt einfach gar nicht. So. Und dann guck ich mir seine Videos an und klicke einfach nur diese drei, vier Sachen, die er sagt, und alles ist Bombe. Ja, und der erklärt das ... Dann deckst du's sagen. Der erklärt das auch wirklich unfassbar gut. Hier mal ganz kurz Shoutout an den Mann. Hier sieht man ihn. Er heißt Nilsson 1489. Und er sagt das auch immer so, ey, ihr seid jetzt wieder hierbei. Was geht, Digga? Nicht von YouTube. Er ist wirklich, er ist ein absolut bester Mann. Also, wenn man irgendein Problem hat, irgendein technisches Problem. Es ist auch zum Beispiel, keine Ahnung, willst du dein Mikrofon einstellen oder so. Er erklärt dir alles. Und zwar wirklich auch jede Kleinigkeit, warum das jetzt das bewirkt und so. Er sagt halt nicht einfach, nur stell das mal so und so ein. Er erklärt dir wirklich jeden kleinen Fizelchen Schritt. Und das ist einfach genial. Der Typ ist einfach eine Bombe. Regiment hat gerade noch mal gefragt, hat Mölten schon erklärt, was er da heute anhat. Ne, das ist jetzt nicht so ein langer Rock. Also, das ist einfach nur so ein Shirt. Aber das habe ich mir vor fünf, sechs Jahren mal in der Ukraine gekauft, weil das ist so eine ukrainische Festtagskleidung. Und ja, gerade einmal ukrainemäßig vertreten, trage ich das heute und natürlich auch festtagsmäßig, weil ich hier heute bei Kiko eingeladen bin. Hey, voll geil. Du siehst auf jeden Fall wie eine Zehn von Zehn aus, Junge. Ich habe übrigens auch mit Mode überhaupt nichts am Hut. Ich sehe einfach nur irgendeine Sache, die mir irgendwie gefällt. Und dann ziehe ich die an. Also, bei mir war es früher tatsächlich eine ganze Zeit lang so, dass ich halt wirklich gar nicht wusste, also kein Modebewusstsein auch entwickelt habe im Sinne von, das passt zusammen oder das passt zu mir. Das hat sehr lange gedauert. Und da hatte ich auch noch mal so ein bisschen so ein Change, als ich nach Hamburg gekommen bin und dann im Tourismus gearbeitet habe. Dann war auch auf einmal so gar keine Caps mehr tragen, auf einmal komplett andere Klamotten. Da habe ich angefangen, mich war so ein bisschen auszutoben. Aber jetzt sitze ich eigentlich schon wieder ganz anders da. Also, es hat sich auch immer mal geswitcht, aber ich habe halt angefangen, mich ein bisschen auch dafür zu interessieren. Mir war das bis vor fünf, sechs Jahren komplett egal. Ich hatte einfach gar keinen Bezug oder Ahnung. Ja, man hat sich einfach zu 90 Prozent mit irgendwelchen VBT-Merch-Shirts irgendwie über die Runden geholfen. Mein halber Schrank bestand einfach nur aus irgendwelchen Shirts von irgendwelchen VBT-Rappern. Heute trage ich mal Kiko, heute trage ich mal Pimpf, heute trage ich mal Battleboy Basti, heute trage ich mal das Dollar-John-Shirt. Das ist wahrscheinlich von dieser Tierlist, die wir gemacht haben, hattest du also wahrscheinlich schon fast jedes Shirt mal an. Ich hatte ganz viele von diesen Shirts, weil ich mir die immer geklaut habe. Das war immer so ein Ding, wenn ich halt irgendwo bei wem zu Gast gewesen bin, dann habe ich mir mindestens ein Shirt davon immer irgendwo stibitzt. Okay, das ist krass. Das war auch voll neu. Ich habe auch bei euch geklaut. Ich wollte gerade sagen, hattest du nicht sogar auch so ein ganz spezielles KWU-Shirt? Es gab so ein paar KWU-Shirts, die in einer bestimmten Farbe waren. Also, die gab es nur einmal jeweils. Gab es diesen KWU-Hoodie? Ja. Der war doch auch, den hast du nicht, ne? Ich habe, glaube ich, einen, aber den gibt es ... Okay, er ist weg. Auf jeden Fall, den gab es nie zum Verkauf. Den gab es nicht. Es gab einfach nur zwei, drei solcher Hoodies. Und es kann gut sein, dass er einer von denen ist, die so einen haben. Das ist ja geisteskrank. Das ist echt krass. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch einen habe, aber du bist wahrscheinlich einer von drei Menschen, die einen haben. Ich liebe ihn auch. Das ist ja ... Das ist strong. Das ist eigentlich auch einer der einzigen Merch-Hoodies, die ich noch habe. Krass. Das ist crazy. Ich weiß nicht, weil, wie gesagt, es kann sein, dass ich ihn nicht mal mehr habe. Aber ich habe vor kurzem so ein Rappers-In-Shirt gefunden. Was ich damals ... So eins habe ich nicht gehabt. Hast du das gewonnen? Ja, als ich hatte so ein Gewinner-Shirt. So ein weinrotes Shirt. Ich hatte ein Shirt, ein Pokal und ich weiß gar nicht ... Ich glaube, Geld ... Ich weiß nicht, worauf es Geld gab. Ich glaube, vielleicht ... War das so ein bisschen wie bei der Tour de France, dass man halt so dann das rote Trikot bekommen hat, wenn man gewonnen hat? Eigentlich hätte ich in jeder VWT-Runde danach das Shirt tragen müssen. Hast du eigentlich jemals den Pokal reingehalten in die Camp? Ja, klar. Ja, ja. Ach so, beim Turnier. Hier, beim Streaming habe ich es mal so. Weil es gab diese eine Finalrunde von Rex. Da warst du noch ... Ich war doch dabei. Ich war dabei. Den Streaming habe ich mir reingehalten. Aber ob du es mal in so eine Runde so reingehalten hast, so mäßig so ... Leute ... Schau dich meine Legacy an. Ich bin hier ... Nee. Ich hab den Pokal. Ich hab ihn ironisch reingehalten, ja. Weil das war gegen ... Das war, glaube ich, gegen Makillas die Rückrunde, als ich auf diesem griechischen Beat rappen musste. Mac Ill-Ass. Mac Ill-Ass, genau. Und bei der Rückrunde, da war es irgendwie so ... Oder bei der Hinrunde haben ganz viele Kommentare waren so, wo ist denn der Pokal? So, zeig doch mal den Pokal. Und dann habe ich halt in dem Outro von der Rückrunde den gezeigt. Hier übrigens der Pokal, ja, den wolltet ihr ja immer mal sehen. Also, wenn ihr irgendwie gewinnt, dann erwartet euch das. Übrigens, vielleicht gewinnt ihr genauso wie ich das Video-Buttle-Turnier. Ich hab nämlich noch in einer anderen Klasse mitgemacht. Ja, das habt ihr wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Da hab ich das Video-Buttle-Turnier gewonnen. Keine Kritik an Rapp, persönlich. Ich find's witzig. Und da zeig ich das halt, dass ein Schreibfehler in dem Pokal halt einfach drin ist. Also, ich zeig ihn ironisch, nicht so flexmäßig, sondern eher verarschermäß. Ähm ... Ja. Aber ich glaub, sonst kam der nicht zur Geltung. Also, so wie Primer, so cool ... Ich hatte ihn, stand ich nicht. Ja, das ist ... Aber da muss man auch zum Schutz von Primer auch immer noch mal sagen, das ist auch immer noch mal ein, zwei, drei Jahre früher gewesen. Muss man auch können. Also, was ich in der Zeit so, auch um 2007, 2008, an Songs rausgebracht hab, das geht auch auf keine Kuhhaut. Also, da waren wirklich vor der ganzen Alkopop-Zeit so, da waren echt Songs dabei. Wow, so. Also, ich hab eine Zeit lang wirklich mal gedacht, dass bei mir, dass ich diese Phase übersprungen hätte, wo man so richtige Scheiß-Songs gemacht hat, ne? Das war in der Songs, wo ich richtige ... Das war in der Zeit, wo ich richtige Scheiß-Songs gemacht hab, hab ich gedacht, ja, ja, ich hab ja diese ... Achso, sie ist jetzt vorbei. Ich hab das übersprungen, meine Songs waren halt von Anfang an gut, so hab ich halt immer gedacht. Und wenn man sich das heute mal, wenn man da mal so ansatzweise nur reingeht, wow. Aber du hast schon auch viele Hits gemacht. Ja, aber erst so ab 2009. Ja, okay, ja. Davor wirklich Vollkatastrophe für drei, vier Jahre. Also, da ist wenig hörbar, sondern ... Wir haben irgendwann mal ... Es gab ja mal diesen legendären Stream, wo wir die Tamu-Dokumentation geschaut haben. Kannst du dich daran erinnern? Kann ich mich erinnern. Und ich konnte Tamu nur davon überzeugen, dass wir das machen, wenn er auch was mit mir machen darf. Weil das nicht, dass mir auch was peinlich ist. Und er hat dann halt so sich mit, ohne dass ich das wusste, sich mit Kalli in Verbindung gesetzt und hat dann so ganz alte Songs und alte Fotos und so alte Videoaufnahmen von mir halt bekommen. Dann haben wir uns das halt auch im gleichen Stream am Ende auch noch mal hinten ran noch mal angeschaut. Und war das hart für ... Ja, das war schon schwierig. Das war schon schwierig. Aber da geht man dann halt einfach so durch. Muss man dann ja irgendwie machen. Dafür, dass wir dann alle die Tamu-Doku gucken konnten, war es natürlich alles nur herrlich. Wer war bei der Tamu-Doku dabei von euch? Die hier im Film war irgendjemand dabei? War ja ein Opfer, was du dann bringen musstest quasi. Wäre schade gewesen, wenn die Tamu-Doku stattgefunden hätte. Musste. Ja, aber ich kenne das natürlich gut. Ich habe ja King Cold hier auch etabliert. Er hat ja mit mir nicht mehr was zu tun. Er hat sich ja schon wirklich daraus emanzipiert. Und ich liebe tatsächlich diese alte Zeit. Also, es gibt da schon Auszeugs, die würde ich, glaube ich, nicht zeigen, wenn ich sie hätte. Es gibt ein paar so, wo ich auch weiß, da habe ich auch sehr schöne, sehr unschöne Wörter. Also, so ein bisschen übertrieben mit manchen Sachen. Aber in der King Cold-Anfangszeit, so mit 14, das sind alles Banger. Also, wie war denn das am Anfang? Also, bei mir war es am Anfang, dass ich sehr auf Technik und auf Vergleiche gegangen bin, so. Und dann kam irgendwann nach ein, zwei Jahren so der übertriebene Switch, dass ich nur noch schockieren wollte. Und einfach, das war einfach nur schlimm, was ich da alles gesagt habe. Also, so bodesextistisch. Alles viel zu doll, alles viel zu drüber. Ohne irgendeine Barriere. Aber da musste man anscheinend irgendwie durchgehen, damit man dann vielleicht irgendwann wieder merkt, ja, man muss irgendwie so den Mittelweg finden. Aber das war auch echt schon doll. Ja, wie gesagt, die gab es bei mir auch. Ich glaube so, also, ich würde behaupten, ich habe quasi so eine Phase gehabt, wahrscheinlich so 2007, das Jahr 2007. Ich glaube da, das ist so ein verlorenes Jahr, was auch völlig in Ordnung ist, was das angeht. Also, da habe ich, glaube ich, auch keine Mucke mehr von. Aber 2006, diese ganzen King-Code-Geschichten. Und dann auch 2008, ab da war es bei mir eigentlich echt in Ordnung. Dann gibt es Songs, wo ich denke, die sind echt cool. Und da gibt es eher Songs, noch mal mehrere Jahre später, also so nach dem VBT sogar, gibt es Songs, wo ich denke, finde ich gar nicht mal so geil oder finde ich voll daneben. Und da gibt es, also, ne, und vergleichsweise manche mit 17, 18, wo ich dachte, ey, krass. Also, es ist ganz interessant irgendwie. Es ist ein bisschen unterschiedlich gealtert teilweise. Also, bei mir alles relativ schlecht gealtert. Das gehört da alles dazu. Wie ist das generell bei dir mit dem Kapitel Mucke? Ist das für dich gänzlich abgeschlossen, auch aufgrund der Sachen, die du jetzt eben machst, einen neuen Weg ja eigentlich komplett eingeschlagen, auch was du nach außen hin tust. Aber könntest du dir vorstellen, irgendwann auch mal wieder ein bisschen einfach mal so aus Fun, Mucke oder auch vielleicht was rausbringen? Oder ist es für dich eher so, nee, ist jetzt irgendwie durch, das Ding? Kannst du das so sagen? Also, sag niemals nie. Zurzeit ist nicht wirklich was in Planung. Ich hab von irgendwie in 2021 und auch 2022 hab ich relativ viel Mucke gemacht. Ja. War da auch dabei, irgendwie ein neues Tape zu machen. Aber hab dann irgendwann so nach ein paar Monaten und ein paar Songs gemerkt, so, ey, alles, was ich auf diesen Songs erzähle, das möchte ich überhaupt gar nicht, dass das irgendjemand weiß. Okay, das ist interessant. Das war so richtig, so, ich will das überhaupt gar keinem erzählen. So, das ist für mich jetzt gerade voll in Ordnung, dass ich, äh, dass ich den Song mach. Und das ist auch gut, das ist technisch gut, das ist soundmäßig nice, auch irgendwie was Neueres gewesen für mich. Ich bin da so ein bisschen, ähm, soundmäßig so, auch so ein bisschen 80s gegangen. Doch, kann ich mich sogar dran erinnern, da hattest du mir irgendwann auch mal eine Skizze, irgendwas mal gezeigt. Aber, ja, ja, genau, hatte ich dir mal, hatte ich dir mal auch mal eine Skizze gezeigt. Ja. Ähm, aber ich hab dann irgendwann gemerkt, nee, irgendwie willst du das, was du hier erzählst, irgendwie keinem erzählen. Und man muss sich irgendwie wieder, man muss sich irgendwie wieder neu, äh, man muss sich irgendwie wieder neu erfinden oder neu, und dazu hab ich irgendwie gerade nicht so richtig die Kraft und auch irgendwie weiß ich auch nicht, ob ich das überhaupt will. Mhm. Ähm, und bin dann sehr happy, äh, jetzt, dass ich was anderes gefunden hab, wo ich meine ganze Energie reinstecken kann. Ja. Und daher gerade auf jeden Fall nichts geplant. Ey, wenn ich, wenn ich irgendwo bei Niek in Flensburg abhänge und der baut ein Beat, der macht gerade ganz viel Mucke mit Tamo und ganz viel Mucke mit Luke hier mit Fering Grau und so, und wenn ich dann da ein bisschen mit rumsitze, so, dann bekomm ich natürlich direkt Bock, so, weil das natürlich immer noch total Spaß macht, so, ne? Ich hab das ja jahrelang gemacht. Ja. Und, ähm, trotzdem kann ich mir zurzeit nicht vorstellen, irgendwas, also da irgendwas zu teilen, was mich halt persönlich so sehr betrifft, weil die ganzen Themen, ich hab natürlich ganz viele Themen auch zurzeit, die will ich grad nicht so richtig teilen. Mhm. Ich hab das, auch wenn ich mir viel jetzt so von meinem, von meinem letzten Album und von meinem vorletzten Album anhöre, so, das ist ja auch alles super persönlich, ähm, weiß ich irgendwie grad nicht. Mhm. Nö, irgendwie, ähm, hab ich, hab ich, ich hab so, ich hab das so richtig gemerkt, dass ich mit der Mucke, die ich da gemacht hab, also jetzt mit der, mit der, mit der neu, mit den neueren Sachen, ähm, dass ich das geil fand, dass ich mir das selber auch anhören konnte und gesagt hab, so, ey, ich fühl das, aber, äh, ich bin einmal nachts, ich bin original nachts aufgewacht, so richtig schweißgebadet und direkt gedacht so, du wirst diese ganzen Songs einfach nicht rausbringen, das kommt alles nicht raus. So, ich hab so richtig diesen Moment gehabt. Krass. Und dann, und, und, und allein nur als ich diese Entscheidung für mich getroffen hatte, war so, ist so richtig ein Stein vor mir abgefallen und ich hab am nächsten Tag zwei, drei Telefonate geführt mit Leuten, mit denen ich das dann auch da zusammen gemacht hab, ich hab denen das erklärt, ich kann das grad irgendwie alles nicht machen, ich möchte das irgendwie nicht. Crazy. Und danach ging's mir voll gut. Krass, also, aber hattest du, ja gut, vielleicht ist das auch so ein bisschen was, was man dann auch vielleicht eventuell mit sich rumschleppt, wo man dann denkt, wenn ich jetzt anfange, dann will ich's aber auch ordentlich machen, ne, man will's dann irgendwie auch nicht halb gar machen und dann kann das ja auch mit der Zeit irgendwie entstehen, wenn du das Gefühl hast, so, nee, ist, ne, aber auch so mit dem Gedanken, dass du viele Sachen vielleicht eher eigentlich für dich, äh, oder dass es vielleicht auch cool war, das für dich zu machen, aber dass es jetzt nicht die ganze Welt hören muss. Ja, genau, ähm, ich, mag das auch gern, ähm, meinen Freunden zeigen oder auch, ähm, auch mal Texte zeigen und hier und da, ähm, also, ich will das jetzt nicht für mich behalten, ich kann darüber gut sprechen, aber ich muss das nicht mit allen teilen, so. Ja, das ist, es ist sehr interessant, weil du ja schon, wenn man jetzt so auch dein letztes, an dein letztes Album denkt und auch Singles, die so nach dem VBT gekommen sind, hatte deine Mucke ja immer ein, äh, ja, schon so einen deeperen, deeperen Touch, also es war eben oft auch sehr persönlich und ging tiefer, also ganz anders als beim VBT, das war einfach nur, wir feiern euch raus, so nach dem Motto, ähm, und da verstehe ich das dann auch noch eher irgendwie, also, weil du hast immer schon sehr auch, ja, ernstere Themen behandelt oder, also, was dich auch vielleicht bedrückt oder so. Hatte, hatte ja auch alles dann auch immer viel auch mit dieser ganzen VBT-Zeit zu tun, weil ging viel um das Thema Alkohol, viel um das Thema Drogen, ähm, depressive Phasen, ähm, und das hat sich ja alles aus dieser, aus dieser ganzen Feierei ja letztendlich auch entwickelt, also das ist ja, das ist ja nicht unterschiedliche Kapitel, sondern das ist letztendlich eine ganze Geschichte so, und ich für mich hab mit dem Thema Scotch, sagen wir mal, irgendwie so ein bisschen abgeschlossen, weil ich mich da überhaupt nicht mehr sehe, ähm, ich seh mich auch nicht mehr als diese Kunstfigur, so, und, ähm, ja, kann mich damit irgendwie nicht mehr so richtig identifizieren und da wäre es auch irgendwie falsch, wenn ich, wenn ich da jetzt irgendwie wieder anknüpfe. Mhm. Aber ist ja eigentlich wirklich, äh, finde ich dann voll die, voll die schöne Entwicklung, dass du das so auch thematisch, also dass du jetzt ein neues Feld hast und auch so mit dem, was du machst, ich meine, du hast ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes mit dem, mit dem Namen Scotch und auch mit dem, mit Scotch und allen weiteren Dingen abgeschlossen, das ist, ist ja absolut Teil deiner Vergangenheit und deine Aktualität ist sehr viel Sport machen, sehr viel Bewegung, sehr viel rausgehen, sehr viel Natur und, äh, all diese Dinge eigentlich genau hinter sich lassen und wenn das alles mit deiner Kunstfigur Scotch auch zusammenhing, ist es ja fast eine logische Schlussfolgerung, dass man sich davon vielleicht auch ein bisschen wegentwickelt. Voll. Voll, genau das. Und hier, was Payne gerade geschrieben hat, ja, so ein Outdoor-Song, das wäre ja voll Banger, das wäre halt einfach nur peinlich. Das wäre halt einfach, das wäre halt einfach nicht geil. So Zelt-Rap. Ja, also, ja, ich weiß, ich weiß, was du meinst, ich weiß, was du meinst. Ey, weißt du, was du, kann ich, ich weiß nicht, ob ich das schon mal bei dir, bei dir schon mal so gedroppt habe. Ja. Ähm, ich glaube, vielleicht habe ich dir das sogar erzählt, aber, ähm, ist mir fast ein bisschen unangenehm. Ähm. Dann weiß ich glaube ich, was du meinst, aber erzähl, erzähl. Ich war auf dieser einen, ähm, auf dieser einen Tour, da bin ich irgendwie, glaube ich, am Harz oder so, und da hat es so ein bisschen geschneit, und ich habe, ich habe die ganze Zeit auf dem Kopfhörer den Song von, von Pimp gehört hier, Dropbox, oder wie der heißt so. Ja. Und dann habe ich halt so, habe halt so die Cam gehalten, habe so ein bisschen in die Cam geschaut und dachte, es wäre halt nice, wenn ich den Song reinschneide und halt irgendwie mal so ein, zwei Zeilen mitrappe, in der Hook oder so, und das ins Video schneide und ich habe, ich habe dann das am Ende auf den PC geladen, habe mir das angeguckt, so kurz, ein paar Sekunden drin gehabt, Digga, ich musste das sofort ausmachen, ich habe es sofort gelöscht, und dachte so, Digga, krass, ist das cringe. Das darfst du nicht machen, Malte. Ja, ich glaube tatsächlich, ich erinnere mich deshalb so gut dran, weil du mir dieses Stück geschickt hast, du hast mir das geschickt, aber so als so eine Story bei WhatsApp, die sich direkt wieder löscht, glaube ich. Ja, irgendwie so, ich dachte so, Digga, krass, Malte, wow. Ja, guck mal, das war, und allein da, da habe ich es halt einfach auch schon gefühlt, das passt irgendwie alles nicht so richtig zusammen. Ja, aber finde ich, ey, ich finde das voll cool, Mann, ich finde das wirklich voll super. Also, ich kann dir zum Beispiel sagen, jetzt, was bei mir das angeht, ich habe ja nun auch immer große Lücken in meiner musikalischen Laufbahn gehabt, bei mir ist es so, wenn man jetzt die letzten Singles, die ja zum Großteil eigentlich, bis auf das Tower by Viding, waren das ja Feature-Songs, dann sind das auch immer Songs, die sehr unbefangen sind. Das ist so ein bisschen, ich hau mit meinen Jungs auf die Kacke, und ich habe jetzt für mich auch so ein bisschen wieder einen neuen Grind gefunden, dass ich das irgendwie auch machen kann, weißt du? In der Tourismuszeit zum Beispiel ging das gar nicht, das hätte überhaupt nicht zu mir gepasst. Aber jetzt bin ich auch wieder der Typ, der hier mit dem Trainingsanzug sitzt, ich laufe so rum, das ist mein Alltag, weißt du? Ich bin der Vater, der halt mit Jogger da lang geht und im Idealfall aber nicht wie ein Assi oder wie ein Penner aussieht. Weißt du, was ich meine? Also, du siehst nie aus wie ein Penner, du siehst immer fresh aus. Ich danke dir. Aber halt so, ne? Ich weiß ganz genau, was du meinst, aber ich finde auch, gerade jetzt auch bei der Tau-Bye-Bye-Single, das passt. Das passt einfach sehr gut. Das ist irgendwie stimmig alles. Deswegen, ja. Ja, das freut mich sehr. Also, das ist tatsächlich auch so ein Ding, dass ich das Gefühl habe, in der Streamingzeit, da habe ich mich viel mehr eigentlich wieder gefunden. So, wer bin ich, wer will ich sein? Und, ja. Aber das ist bei mir halt im Zusammenhang mit, wie gesagt, etwas leichterer Mucke. Ich mache ja schon dann auch, ich erzähle was aus meinem Leben so, aber das ist jetzt nicht, gut, das hängt auch vielleicht mit der Situation zusammen, wie du schon sagst, ich bin auch eher öfter so einfach auch happy drauf und so und hatte da vielleicht dann auch weniger Erfahrungen mit manchen Dingen, an denen ich noch mehr geknabbert habe oder so. Aber es ist halt einfach so ein bisschen lockerere Mucke. Ich glaube, wenn ich so was richtig Deepes für mich machen würde, weiß ich auch nicht, ob ich das droppen würde. Weißt du, was ich meine? das wäre dann, dann wäre das auch eher für mich, weil, weiß ich nicht, das bin ich dann nicht. Es ist ja auch, es ist ja auch genau so, ganz früher hat man halt wirklich versucht, das irgendwie so real und wirklich so das, was einem im Kopf schwirrt, genau aufs Blatt zu kriegen. Und da hat man halt noch die Probleme gehabt, man hat es irgendwie nicht so richtig hinbekommen, wie man wollte. Und ich habe es irgendwie bei den letzten Parts, die ich geschrieben habe, einfach einen Tick zu gut hinbekommen, dass ich meinte, nee, das behältst du mal alles richtig schön für dich. Das ist eigentlich interessant. Schon echt, ja, wirklich, wirklich interessant. Die Brille ist aber schnell. Mölden sieht aus wie ein TikTok-Orakel, finde ich ja auch sehr, sehr stark. Ja, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Wahrscheinlich meinst du diesen, auch diesen einen Typen mit dem langen Bart, dieser, der auch so ein, so ein Sekten-Telefon hatte früher und so, ne, nur der hat auch immer so eine, der hat immer so einen ganz langen, das geht so bis zu den Füßen so ein Ding an. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, was er meint. Stulli hat das geschrieben. Also sie meinst du, was sie meint. Ach, was sie meint, ja, Stulli. Ja. König Thomas steht hier. König Thomas, genau, der, der Hund. Ja, ja. Der Reichsbürger, genau. Meine Verkleidung hier hat nichts mit dem, mit dem König Thomas zu tun. Ich distanziere mich, weiter könnte ich mich nicht distanzieren. Ich hab nur mal das Fenster auf Kipp gemacht, mir wird ganz heiß bei dem, bei deinem Outfit. Und hast du eine Affinität für Animes? Das hab ich dich noch nie gefragt. Weil irgendwie könnte ich mir das bei dir so gar nicht vorstellen. Ähm, nee. Also das war nie ein Thema bei mir. Also wo ich natürlich mal irgendwie reingegangen bin, weil das popkulturell natürlich auch irgendwie wichtig ist. Hier so Ghibli, Chihuras, wie heißt das, Traumreise oder so? Reise ins Wunderland? Chihuras Traumreise, äh, Chihuras Reise ins Traumland. Ja, ja, das war ein absoluter Banger so. Ja. Aber ich hab mit Anime, aber das ist ja wirklich auch so, das hat ja auch irgendwie jeder schon mal gesehen. Ansonsten, ähm, Sailor Moon und so was, war das, ist das Anime auch? Das ist Anime, ja, Sailor Moon war ja auch Banger. Also als Kind, so, ja okay, dann lüge ich jetzt grad so ein bisschen. Weil als Kind hab ich das schon geguckt, auch so Kickers und Dragon Ball hab ich auch ein bisschen geguckt als Kind. Ähm, aber als ich dann irgendwann ins Jugendlichen, Erwachsenenalter gekommen bin, war ich da irgendwie gänzlich raus. Ich konnte, ich konnte auch mit Mangas irgendwie nie so richtig was anfangen. Ja. Ähm, nee. Aber ich bin jetzt auch so ein bisschen, dadurch, dass du ja da ziemlich im Thema bist. Ja. Und dass Rudi zum Beispiel, ich glaub, ich glaub Rudi gibt im Monat, ich, ich, ich will's gar nicht sagen, wie viel Geld der im Monat halt für, für, für Mangas, für Mangas aussieht. Und halt voll im Thema, ja, Rudi ist, Rudi ist, war auch jobbedingend, der ist halt Illustrator. Okay. Der, ähm, der, ähm, ist da ja richtig, richtig drin. Und ich kann mich immer dafür begeistern, wenn andere Leute sich für Sachen sehr doll begeistern können. Okay. Also das färbt dann ab und dann. Das färbt dann so ein bisschen ab. Ich finde das dann eher spannend, ähm, das so ein bisschen zu beobachten, wie, wie sehr man sich für eine Sache begeistern kann. Mhm. Und, ähm, bin dann auch irgendwie mal, bin dann auch irgendwie, äh, da gerne mal irgendwie mit drin. Weil ich gucke mir zum Beispiel auch gerne an, wenn, ähm, Marvin Game, äh, da bei YouTube irgendwelche Anime. Synchron-Sprecher-Sessions. Finde ich total spannend. Ich hab keine Ahnung, worüber die reden, aber ich gucke mir das trotzdem an. Ja, okay, das ist interessant. Also, ja, ich frag das auch explizit. Ich bin jetzt auch nicht so ultra in dem Game. Es gibt so viele Animes, die ich nicht kenne, wo ich keine Ahnung von hab. Für mich sind es halt auch so diese großen Klassiker teilweise von früher, die einfach bei mir so krass in Erinnerung geblieben sind. Oder ich gucke halt jeden Sonntag zum Beispiel die neuste Folge One Piece. Die läuft halt, ich hab mit zwölf angefangen, diese Serie zu gucken. Das guckst du ja schon immer. Ja, genau, seit 20 Jahren einfach. Ja, als ich dich kennengelernt hab, hast du, ähm, auch als du mit meinem, äh, besten Kumpel da zusammen gewohnt hast, hast du teilweise das ganze Wochenende im Bett gelegen und hast halt diese, diese, diese Serie geguckt. Ja. Und das ist auch schon Ewigkeiten jetzt her, du guckst das immer. Es gibt so, mir wurde mal so ein, mir wurde so, mir wurde so ein One Piece Portemonnaie mal geschenkt. Und da warst du in Kassel bei uns zu Besuch und wir haben ein Foto zusammen gemacht, was ich damals auf Facebook gepostet hab und direkt danach hast du noch ein Foto von mir geschossen mit diesem One Piece Portemonnaie in der Hand, das weiß ich noch, weil diese Posts hab ich dann, glaub ich, zwei Tage, drei Tage auseinander gepostet, so nach dem Motto. Ah, nur eine Fase, okay, okay. Da hab ich dieses One Piece Ding in der Hand, weil ich da schon gesagt hab, ich hab das One Piece gefunden oder keine Ahnung. Tatsächlich ist es so ein Ding, ja. Ich weiß nicht, ich hab, ich mag das irgendwie einfach. Dafür bin ich in den, nicht voll raus, aber schon leider sehr raus bei vielen amerikanischen Zeichentrickserien, wo du wieder mehr bestimmt drin bist. Simpsons oder so? Du hast ja schon mal gesagt, dass du zum Beispiel Family Guy und American Dad und Ich kenn das natürlich, aber ich hab keine Ahnung. Aber das hab ich zum Beispiel bis zum Erbrechen geguckt. Also ist es nicht so, dass ich früher nichts geguckt hab. Also für mein Empfinden hab ich früher alles geguckt, außer halt Animes. Ja, okay. Krass. Aber geht ja viel so. Ich glaube, bei Animes auch, gerade Animes sind in Deutschland halt sehr verkindlicht auch so, verniedlicht, auch schon in der Übersetzung. Und dadurch ist das, glaube ich, für einige so ein Kindheitskapitel oder Jugendkapitel und dann hört man damit auf, weil man zu erwachsen wird auch. Also ich glaube, so geht das vielen hier. Und in Japan oder so, wo das dann herkommt, ist das halt bei den Erwachsenen immer noch genau der gleiche Shit, aber die reden halt auch ganz anders miteinander. Ja, aber bei Animes ist es ja auch so, die sind teilweise auch einfach ultra brutal. Ja, und das wird im Deutschen auch oft weggeschnitten. Ja, was ich spannend finde, wenn man jetzt mal in einen deutschen Buch-Großhandel geht, ist so die Manga-Abteilung, wie riesig die mittlerweile ist. Dieser Markt wird immer und immer größer. Ich glaube, zur Zeit ist echt Peak so, dass man, wenn man in so ein Hamburger Thalia oder wir waren zum Beispiel in Rostock auch in so einem Thalia drin, da reingeht, dann ist das irgendwie so so ein Achtel von, ja okay, ein Achtel ist übertrieben, aber so ein von so einem riesigen Laden, halt so ein Sechzehntel vom ganzen Laden sind halt nur Mangas gewesen, so eine riesige Ecke. Und ich bin halt, und das war dann auch wieder so ein Ding, da hat man irgendwie gesehen, da ist irgendwie gerade so was da, was halt voll groß ist und dann streiche ich so durch die Gänge, gucke mir das alles an und denke so, ja dafür kann man sich halt schon begeistern, ist halt irgendwie geil und so ein dickes Buch kostet halt auch dann irgendwie einfach nur 10 Euro, kann man schon reingehen, so, aber für mich ist dieser Zug irgendwie abgefahren. Ja. Ich kann auch jetzt nicht, ich kann auch jetzt nicht mehr damit anfangen, da muss man glaube ich so als Kind oder Jugendlicher irgendwie reingehen und dann sich dafür begeistern. Ich habe auch irgendwie genug, was ich mir zur Zeit auch anschaue und so weiter, nee da bin ich gleich irgendwie raus. Guckst du derzeit eine Serie? So jetzt gerade? Ich habe... Oder hast du eine Empfehlung? Ja, ich habe gerade angefangen auf Amazon mit, ja heißt Gefesselt, ist eine deutsche Serie, geht um, ist ein Real-Crime-Fall aus den 80ern, 90ern glaube ich, nee aus den 90ern, von dem Säurefassmörder, von dem hat man vielleicht schon mal gehört, das ist so ein Hamburger Dude gewesen, der hat, ähm, ähm, ja, der hat, also der Name macht, der hat halt, der hat halt, der hat halt Leute umgebracht und hat die in Säurefässer gesteckt, Real Talk so, und ist ein absolut crazy guy und, äh, das wurde als Serie halt jetzt verfilmt, ist ziemlich böse, total spannend, gut gemacht, ich habe jetzt irgendwie die ersten ein, zwei Folgen davon und gucke das schon, wird schon ziemlich nice. Krass, okay. da kann man auf jeden Fall, kann man auf jeden Fall sehr gut reingehen und ansonsten, ich war, ich war im Kino viel die letzten paar Monate. Okay, was ist außer hier Barbie und Oppenheimer, ein Film, den du im Kino gesehen hast, wo du sagst, ist nice, kann man reingehen? Ähm, beide, die habe ich auf jeden Fall beide geguckt, dann habe ich, äh, und dann habe ich jetzt gerade noch geguckt, The Creator. Ja, ist der gerade noch, äh, ist das so ein Horrorfilm? Nee, The Creator ist, ähm, so ein Science-Fiction-Blockbuster, ähm, von dem Macher von, hier, Star Wars, äh, Rogue One. Okay. Von diesem, von diesem Mega-Blockbuster und das ist einfach nur ein Banger, dieser Film. Geht darum, dass, äh, ähm, die KI eine Atombombe aufs Los Angeles geworfen hat und dann sagt die westliche Welt, nee, KI ist jetzt komplett verboten und dann, äh, kommt es halt, äh, und die Asiaten scheißen halt drauf und dann kommt es halt irgendwie zum Krieg zwischen der KI und der westlichen Welt und, ja, das ist halt kurz der Anfang zusammengefasst, äh, aber diese Geschichte ist einfach nur Wahnsinn und die Bilder sind Wahnsinn und auch die Herangehensweise, wie dieser Film, ähm, gedreht worden ist, ist total spannend, gibt es auch ein geiles YouTube-Video dazu, wie dieser Film, äh, produziert worden ist, weil, die haben es halt hinbekommen, ein Film, der aussieht wie ein mega, mega, mega Blockbuster, der heutzutage ja so um die drei, vierhundert Millionen, äh, Dollar kostet, haben sie hinbekommen, den für so 70, 80 Millionen Dollar zu machen, halt, sehr, sehr, günstig, für, für so einen Film und das haben sie halt hinbekommen, dass sie die ganzen, äh, Effekte erst im Nachhinein eingefügt haben, sie haben den kompletten Film mit Handkameras quasi gedreht, ja, und haben dann im Nachhinein die Effekte erst drauf gemacht, das hat halt diese große Einsparung gemacht, und es sieht halt trotzdem so krank aus. Wer von euch hat diesen, hat diesen Film schon gesehen? The Creator heißt er? The Creator. Ich will mal, äh, und der, der läuft grad noch, ist das vor kurzem, dass du da erst drin warst, weil ich bin unbedingt mit der Glücksehung. Wir wollen unbedingt mal wieder ins Kino. Absolute Empfehlung. Okay, äh, ich bin, bin echt da rausgegangen und dachte, hat sich echt gelohnt, fand ich mega. Ich notier mir das mal direkt. Hier sehen wir übrigens, das Bild. Ich glaub, das Bild hast du tatsächlich, ich war mir geschossen. Irgendwo in dem Dreh, äh, gibt's nämlich noch ein Bild von uns beiden nebeneinander. Auch hier vor dem City Point in Kassel. Ja, der City Point. Bekannt durch die, äh, durch das, äh, Interview von? Ach so, Aircrime, ja klar, Aircrime. Aircrime. Ja. Der City Point. Oh, es ist so schade, dass wir das den Leuten nicht zeigen können. Also, es ist wirklich episch. Episch gewesen. Twister Ken fragt gerade, woher kennt ihr euch? Meint, meint Twister Ken uns? Ich glaube schon, oder? Ja, also, äh, Kiko und ich kennen uns durch, ähm, das Video Battle Turnier eigentlich damals. Oder haben wir uns schon vorher kennengelernt? Ne, wir haben uns schon vorher kennengelernt. Ähm. Haben wir uns über ICQ vorher irgendwie? Weißt du, wir haben uns einmal, Ach du Heiliger, hier ganz kurz, entschuldige, guck dir das an hier. Ach du Heiliger, das ist ja genial. Einfach nur ein Banger-Bild. 13. Oktober 2012, das ist einfach, das war bei, das war bei, das war bei mir in Flensburg, beim, beim Oktoberfest, wir haben nämlich Oktoberfest bei uns in Flensburg gefeiert, Kiko ist extra nach, ähm, nach Flensburg gekommen, wir haben bei uns in der Wohnung, ähm, ja, ordentlich ein paar Leute eingeladen, und guck mal, geh nochmal kurz zurück, ich will nochmal ganz kurz sehen, die haben diese, diese, ähm, Lebkuchenherzen mit Namen drauf, das ist einfach nur herrlich, guck mal, hier Kiko, Malte, und ich hab das Kalliherz hier. Der Wege war stabile Bräune, ey. Ja, du hattest ja immer, also ich, ich sah aber aus wie ein stabiler Kalkstein dafür, also, aber, ich weiß noch, der Abend, ach, eigentlich alle Abende, also das kann ich wirklich sagen, wenn es um Authentizität geht, in der damaligen Zeit, also Scotty hat auch die Leute, rausgefeiert, also, ob er es in dem VBT gemacht hat, oder ob er so, der gute Mölten wusste schon, wie man, wie man das macht, wie man Gas gibt. Ich weiß noch, wie der eine Bekloppte aus meinem Bekanntenkreis, dich an dem Abend fast überfahren hat. Der hat fast getötet einfach. Dich und meinen Bruder, fast überfahren. Er hat dich, fast überfahren worden, an dem Abend. Und dann hat er das Auto gegen die Wand gesetzt. Ey, das ist zu heftig, das war so, kann man erzählen, oder? Das ist verjährt, oder? Bestimmt, wir sagen ja keine Namen. Also das ist es letzten Endes, es war einfach nur so, wir sind schon rausgegangen, wir wollten nämlich zum Hafen irgendwie runtergehen und wir standen vor der Tür und ich stand da mit Mölkens Bruder und da war halt einfach ein Kerl, der war vorher schon richtig besoffen, der war schon richtig dicht. Er war weg und weg, also komplett weg. Er war komplett weg und der war weg und dann hieß es irgendwie so, ey, kann das sein, dass der oben zu seinem Auto gegangen ist? So, weil der hat ja irgendwas davon eben gebrabbelt und auf einmal kommt ein Auto, ich stehe da mit dem Bruder von Mölten am Haus und es kommt auf einmal ein Auto auf uns zugefahren und ich denke so, okay, ja, der wird ja jetzt halten, wird der jetzt halten, wird halten und der hält nicht, der hält nicht und dann sind wir halt wirklich zur Seite gesprungen und der ist voll gegen das Haus mit dem Auto geknallt. Also gedriftet, hat noch so gebremst und ist dann seitlich an dieser Hauswand drangeballert einfach und dann saß er da in seinem Auto. und dann hat jemand oben aus dem Fenster geguckt, hat das natürlich gesehen, dass er da mit dem Auto gegen geknallt ist, er ist rückwärts wieder auf diesen Parkplatz zurückgerollt, hat sich auf diesen Parkplatz gestellt und ist dann natürlich auch irgendwie, hatte man jetzt nicht die Idee gehabt, ja, jetzt müsste man ja irgendwie mal abhauen, wir haben dann irgendwie noch auf alle anderen gesprungen, gewartet, weil wir dann ja losgehen wollten. Ja, und dann war natürlich da innerhalb von fünf Minuten da blaues Aufgebot. Das war absolut absurd. Und dann wurde es eigentlich jetzt richtig witzig, ey. Das war komplett absurd. Wer ist stärker? Also, das war einfach nur geisteskrank. Guck mal, Whedon Skittles hatte gerade gefragt, ob ich noch Kontakt zur Laserpistole habe. Ja, zu Nico habe ich auf jeden Fall noch Kontakt. Ist auch ein guter Freund von meinem Bruder und da in dem Kontext sehe ich ihn häufiger. Ist ein guter Kumpel von von Dusi hier aus Hamburg. Macht auch immer noch viel Musik sogar. Hat mittlerweile, glaube ich, auch mehr monatliche Hörer auf Spotify als ich. Und ja, kann man auf jeden Fall gerne mal reingehen. Laserpistole, dicker Knutsch, immer noch für mich einer der besten Entertainer, die ich, die ich so kenne. Er ist einfach, ja, ist einfach witzig, der Typ. Richtig guter Mann. Wäre tatsächlich auch mal fast beim Mario Kart Cup dabei gewesen. Ist aber erst spontan irgendwie der Gedanke gekommen und dann hat das irgendwie nicht geklappt. Aber, ja, da soll, da wird wahrscheinlich auch mal wieder was kommen mit dem nächsten Update. Beim letzten Update bei neuen Strecken gab es kein Mario Kart Cup, aber wenn das nächste Update kommt, dann hätte ich da auf jeden Fall wieder Bock drauf. Übrigens mal kleiner Verweis, wenn ihr mal so ein Video von mir anschauen wollt und bisher noch nicht bei Kiko da irgendwie, und auch nicht bei Kiko hier irgendwie mal in einem Video gelandet seid, gönnt euch mal auf YouTube den YouTube-Kanal Möltenwill raus. Da schleiche ich regelmäßig mal durch den Wald und unternehmen schöne Sachen für mich und nimm gerne Leute dabei mit. Du bist doch jetzt auch YouTube, bist du jetzt auch YouTube-Partner, oder? Ich bin jetzt auch YouTube-Partner seit kurzem, ja. Guck mal hier. Ich habe das neueste Video einmal hier rein. Man kann jetzt auch Mitglied werden. Hier ist auch Mitglieds-Button. Ach ja, genau. Also man kann ab sofort Mitglied werden. Wenn man mich da unterstützen möchte, kann man da gerne mal den einen oder Groschen, wenn man die Möglichkeit hat natürlich nur, da reinklüngeln und ja, dafür sorgen, dass ich neben meinem Hauptberuf, den ich natürlich auch noch ausführe, halt diese ganzen schönen Sachen machen kann. und ja, das wäre schön, wenn da ein bisschen was zusammenkommt. Kommt morgen übrigens ein neues Video. Morgen, äh, morgen Abend, 18 Uhr, äh, kommt, kommt ein neues Video. Auf jeden Fall richtig geil, dass es, dass es jetzt schon auch zu dem Step gekommen ist, dass du da, also ne, dass man auch sieht, dass es so angenommen wird und freut mich ja echt für dich. YouTube-Train ist am richtig cool, am Ballern. Ah hier, wer sich nicht für vier Monate in der tiefsten arktischen Wildnis aussetzen lässt, anstatt sich freiwillig in ein Bierzelt zu setzen, hat sein Leben nicht im Griff. Stark. Mmh. Ey, jeder so, wie er sich richtig schön wohlfühlt, ne, also, wenn man, wenn man das gar nicht fühlt, ich kann das auch zu 100% nachvollziehen, wenn man sagt, ey, ich fühle das gar nicht, was du da machst. Ist voll in Ordnung. So, wenn, wenn man selber glücklicher ist, wenn man irgendwie um die, äh, um die Ecke im Park sitzt und da grillt und, äh, ein Bier trinkt und damit irgendwie happy ist, ist das voll gut. Aber, jeder braucht für seinen Seelenfrieden halt irgendwie was anderes und, ähm, deswegen kann ich das auch absolut nachvollziehen, wenn man sagt, bah, geh mal richtig schön alleine in deinen Wald rein, ey. Ey, ich kann das auch nachvollziehen, man kann sich ja dann aber auch im stärksten Fall, so wie bei dir, einfach für die anderen begeistern, z.B. auch bei dir, ich könnte das in dieser Intensität, nicht machen. Ich freu mich riesig, mit dir das mal zusammen zu erleben und da einzutauchen und vielleicht erweckt das auch in mir was, aber einfach nur dich zu sehen, wie deine Videos kommen und so, da denk ich mir immer, ey, der bleibt an seinem Stuff dran, da geht mir das Herz auf. Ey, Kiko, das wird so geil, ich sag's dir, ich hab jetzt schon, das wird einfach nur herrlich. Ich, also, ich bin einfach nur gespannt und voller Vorfreude. Ich weiß auch, dass wir, da werden wir wahrscheinlich noch nicht um 0 Uhr schlafen gehen, weil wir bis 2 Uhr auf jeden Fall labern werden. Da gehen wir voll rein, ja. Okay, ich fühle es sehr, mit meinem faulen Arsch vor dem Bildschirm zu sitzen und mir anzuschauen, wie wilden aktiv ist. Das ist nachvollziehbar. Und guck mal, wie absurd das ist. Kiko, ich hab, ich hab ja auch schon selbst irgendwo im, im tiefen Wald mit LTE gelegen und hab mir, und hab mir einen Stream von dir angeschaut, im Wald. Ich hab da faul im Wald rumgelegen und hab einen Stream von dir geschaut. Das ist doch dann auch irgendwie so, so eine, so eine komplette Inception von, von allem irgendwie. Und hab dabei am besten noch geschaut, im Stream, wie du eine VBT-Runde von dir selber irgendwie reactest. Weißt du? Das ist völlig geistenskrank. Das ist einfach, das ist einfach nur komplett crazy. Ja, wir hatten ja sogar die Ehre, ich glaube, in der zweiten oder dritten Folge, da war, da war doch sogar ein kurzer Ausschnitt. Ja, klar, da hast du mit Mietze Textur gespielt. Boah, das ist krass.